Ja, egal, ich platziere eine woanders. Genau. Ich habe jetzt aber keinen Teleporter mehr. Oh, ich habe den schottischen Schädelspalter gefunden, mal wieder. Oh, wir müssen die Bombe mal aufhalten, ne? Oh Gott. Sack. Scheiße, die haben es geschafft. Ah, egal. Oh, der Skillerkiller hält mich. Wo ist denn eigentlich der eine, der da neu gejoint ist? Weiß ich nicht, der ist irgendwie noch nicht da. Hat wohl doch keine Lust mehr. Huhuhuhu. Boah, ich bin hier gerade ein bisschen so am Pyro spielen. Hä? Ach, hier waren es 2 und 2 oder war ich einfach nur zu blöd aus der Tür zu gehen? Hm, keine Ahnung. Vielleicht auch beides. Ja, vielleicht auch beides. Das kann natürlich sehr gut sein. Ach toll, jetzt hat mich dieser Medic da getötet. Ich gucke mal, ob gerade noch einer online ist, der Team Fortress spielt. Ja, du. Ach nee, du bist ja schon da. Ja. Ähm. Der Halox. Ja, den fahre ich auch mal. Bau dich schneller auf. Du scheiß Ding. Der Halox ist ja auch ganz gut eigentlich. Also, du hast kein Arma 3, nehme ich mal an, ne? Nee. Das würde sich auch gar nicht lohnen. Dann habe ich so, du kannst nicht spielen. Ach so, ja. Wie bei vielen Spielen. Ach ja, warum zerstören die denn meine Sentry? Ist doch gemein. Gucken, ob ich hier an aufbauen darf. Wieso solltest du das nicht dürfen? Weil dann irgendwie da so ein Gegner kommt und mir das... mir diesen Traum zerstört. Ach so. In der eigenen Sentry. Ha. Boah, habe ich so... Ich habe von diesem Weg, von diesem Hochgang aus, weißt du, was ich meine? Ja. Habe ich es gerade geschafft, als Pyro ein Medic da drauf, auf das Dach zu blasen. Oh, lol. Das wurde schon vom Spy gekillt. Ich habe irgendwie Hunger. Das kenne ich. Ja. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Ähm, warte, ich schaue nach. Ich habe kurz ein mobiles Telefon vor mir liegen. Oh. Und da heißt es, wir haben 17.46 Uhr. Und das ist ja okay. Ist dieses mobile Telefon mit Android-Betriebssystem ausgeliefert worden? Ja. 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 Aber es ist noch so ein altes Nokia. Ah, ja. Ja. Und das darf ich nie fallen lassen. Falls du dir mal ein Android- Falls du dir mal ein Android-Handy irgendwann kaufst, kannst du dir die Dirtinator-App mal installieren. Nein, das ist natürlich ein smartes Phone mit Android-Betriebssystem. Von Nokia. Nein, das war natürlich Spaß. Das ist ein, das ist das Sony Xperia, äh, Schieß-mich-tot-M oder so, glaube ich. Ach so. Das war jetzt keine Schleichwerbung oder so. Aber das ist echt gut. Also es erfüllt seine Dienste. Ich bin recht zufrieden. Ich bin auch mit so meinem Samsung Galaxy Nexus sehr zufrieden. Das war jetzt keine Schleichwerbung. Samsung, Samsung echt. Ich hatte vor dem Ending Samsung, das hat aber irgendwann den Geist aufgegeben. Aber es hat viele Jahre tollen Dienst gehalten und so. Ja. Vor allem Samsung kann es auch gegen eine Wand kloppen, das geht nicht kaputt. Das stimmt. Wenn so ein iPhone lässt es kurz von zwei Zentimeter fallen und Bildschirm kaputt. Ja. Es gibt so ein Handy von dieser Marke, Cat heißt die, die baut, äh, die stellt eigentlich Bagger her. Was ist das? Kannst du dir auch vorstellen, wie das aussieht. Das kannst du, glaube ich, auch aus dem World Trade Center fallen lassen. Das gibt es ja nicht mehr. Kannst du auch aus dem sonst wo hoch ausfallen lassen. Doch, was gibt es denn da, das neue da? Ja, bla bla. Bla bla bla. Boah, kennst du diese Werbung bla bla k? Die regt mich sowas von auf. Nein, kenn ich nicht. Das ist gut. Ich weiß ja nicht, was da so in Aachen im TV läuft, falls du überhaupt noch TV guckst. Ja, manchmal. Aber die Werbung regt mich sowas von auf. Also hier so in Aachen läuft meistens Reitsport. Reitsport. Ja, auf diesen ganzen Lokalsendern halt. Achso, ja. Hä? Soll ich mir nicht gerade Munition holen? Gib mir Munition. Und dann, wenn ich den neuen PC habe, dann suchte ich erstmal CSGO. Oh ja, das tue ich. Und MW2? Stimmt, das muss ich mir auch noch kaufen. Ja, aber... Das läuft ja auch ohne Grafikkarte, wie bei meinem Kumpel. Ja. Er hat keine Grafikkarte eingebaut. Installiert einfach mal Modern Warfare und das läuft. Flüssig. Höchste Grafik. Ja, nicht schlecht. Ja, das war... Sehr komisch. Ja, das Spiel ist zum Battlen nämlich einfach perfekt. Ja. Das stimmt natürlich. Lol. Meine Ping ist gerade mal wieder am... Abmurksen. Oh, ach scheiße. Da war ich gerade abgelenkt von meinem mobilen Phone. Und schon wird meine Sentry. Was, muckst ab? Mein Spiel ist gerade hängen geblieben. Hier bewegt sich gerade nichts mehr. Ach ja. Das ist nicht gut. Jetzt geht's wieder. Stehst du rum, dann beschützt dich. Jetzt bin ich wieder stehen geblieben. Alter. Da kann ich dich schlecht beschützen. Ja, ich würde ja gerne woanders hingehen. Ja, ich seh's. Bin ich bei dir? Jetzt ist sie tot. Ah, gut zu wissen. Also, ich kann mich hier noch bewegen. Ja, dann guckst du an der Waffe. Diese Munition hat mir sehr geholfen. Alter. Was geht hier gerade ab? Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich wieder gespawnt. Ja, ja. Du bist tot. Und... Müsstest du ja jetzt gleich hier rumkommen. Hallo. Ja, ich bin da. Jetzt bin ich tot. Mann, das ist ja der... Mann, das ist ja der... Du bist ein Spawn. Ach, das ist ja der... Nö, bin ich nicht. Ich probier, ich hab keine Lust mehr auf Engine. Ich hol mir jetzt eine andere Klasse. Musst du dir erst holen? Ja. Ich muss erst ja in Spawn und mir die holen. Wieso? Du kannst doch einfach... Es gibt ja keine Respawn-Time. Macht ja keinen Unterschied, ob du das im Spawn machst oder sonst wo. Ja, ja, aber ich achte auf meine KD. Ah. Was ist denn deine KD gerade? Äh, warte. Abbrechen. Ähm, 26 zu 3. Oh, nicht schlecht. Joa, das ist sogar... ganz in Ordnung. Das wundert mich gerade. Na. Als Engineer, wenn man sich mit einer Sentry gut platziert, dann ist das auch nicht so schwer, denke ich. Ich spiele jetzt einfach mal Sniper. Ich bin richtig YOLO. Mmh. LOL. Was war das denn jetzt? Ich war ein Sniper-Gewehr so. Was hast du denn? Die rostige Bot-Killer. Ich weiß, es ist nur Rost, aber... Hä? Wieso habe ich... Triff den doch. Gott, verdammte Scheiße. Na, aber scheinbar killst du ja gerade keine Bots, ne? Ich habe gerade einen Bot gekült. Wow. Ich bin richtig Hardcore. Ja. Ich weiß, ich weiß. Kann ich hier hinten durch... Joa, kann ich so was. Ich werde auf jeden Fall ein England-Videotagebuch führen, das steht fest. Oh ja, darauf freue ich mich schon. Oh ja, ich auch. Dann sehe ich auch deine Klassenkameraden. Oh, wie cool. Ja. Dir geht es wahrscheinlich nur um genau eine, ne? Nur um genau eine? Ja. Um deine Lehrerin, oder wie? Oh Gott, nein. So billige Witze mache ich nicht. Nee, nee. Die, die an der Wand hängt. Die, die an der Wand hängt. Das war immer noch das Beste. Die, die an der Wand hängt. Ach, ja. Ja, stimmt ja nur. Ja, ja, ja. Ja, ja.